Herzlich Willkommen! Die moldauische Präsidentin Maja Sandu prangerte anlässlich der Präsidentschaftswahl in Moldau am Sonntag einen beispiellosen Angriff auf die Demokratie an. Dabei liegt die proeuropäische Reformerin weit vorn bei der Präsidentschaftswahl in der Kleinen Republik mit 2,7 Millionen Einwohnern. Doch gleichzeitig fand ein Referendum statt. Dabei wurde darüber abgestimmt, ob in der Verfassung unwiderruflich verankert werden soll, dass Moldau sich der EU ernährt. Und dafür stimmte nur eine hauchdünne Mehrheit, dank der 200.000 im Ausland lebenden Moldauer. Die Vorwürfe gelten Russland, das seit 1991 seinen Einfluss auf die ehemalige Sowjetrepublik zu behalten versucht. Stimmenkauf für Millionen Dollar, Desinformation der russischsprachigen Minderheit, Entsendung gewalttätiger Agitatoren. Darüber hinaus steht ein Teil des Landes, Transnistrien, weiterhin unter politischer, wirtschaftlicher und militärischer Kontrolle Moskaus. Moldau, Hauptstadt Kisinau, ist ein rumänischsprachiges Land von knapp 34.000 Quadratkilometern. Das ärmste Land Europas ist weder in der NATO noch in der EU und grenzt auf 700 Kilometern an Rumänien, das beiden Organisationen angehört. Moldau ist seit der Auflösung der Sowjetunion 1991 unabhängig, steht aber unter russischem Druck. Moskau finanziert Transnistrien, Hauptstadt Tiraspol, eine abtrünnige und russischsprachige Region zwischen dem Diniester und der Ukraine. 1992 scheiterte die Armee beim Versuch, die Region zurückzuerobern, denn die Separatisten wurden von den 8.000 Soldaten der dort stationierten 14. russischen Armee unterstützt. Seitdem ist das international nicht anerkannte Transnistrien, wie in der Sowjetzeit, stehen geblieben. Aber seitdem 2020 die Reformerin Sandu ihr Amt antrat und seit dem Krieg in der Ukraine, blickt Moldau nach Westen. Das Land nahm 100.000 Geflüchtete aus der Ukraine auf, verringerte seine Abhängigkeit von russischem Gas und vom Strom aus dem Kuchorgan-Kraftwerk in Transnistrien und importiert zunehmend Gas aus Rumänien und Aserbaidschan sowie Strom aus Griechenland und Bulgarien. Ein weiterer Beleg für die Annäherung an den Westen. Vor 20 Jahren ging die Hälfte der im Ausland arbeitenden Moldauer nach Russland. Inzwischen gehen die meisten nach Westeuropa. Und seit Juni 2022 ist Moldau, wie die Ukraine und Georgien, offiziell Kandidat für einen Beitritt zur EU. Brüssel stellte dem Land 1,8 Milliarden Euro in Aussicht, um sein Wachstum zu unterstützen und den Beitrittsprozess zu fördern. Moldau bleibt also gespalten und die Stichwahl in zwei Wochen zwischen Maya Sandu und Alexander Stoyanoglu, einem prorussischen Kandidaten, dürfte knapp ausgehen. Und auch wenn ein EU-Beitritt frühestens 2030 möglich wäre, wird man den Wahlausgang in Brüssel, Moskau und Washington genau verfolgen. Aber auch in Georgien, einem anderen Land unter russischem Einfluss, wo am Samstag entscheidende Parlamentswahlen stattfinden. Soweit zu unserem heutigen Fokus. Bis bald. Bis bald. Definitely. Definitely. I'm the people we are on the road this week! I'm the people we are on the road this week! Vielen Dank.